Musik Euer Kast.TV, Bürgerkundin heißt euch herzlich willkommen zum Kreis-Pokoll-Halbfinale zwischen der SG Linden-Dahlhausen und dem Pus-Bittern. Die SG Linden-Dahlhausen ist in der Kreisliga beheimatet und schlägt sich dort mit Wacker. Unsere Damen des Kastepokoll-Vereins Tuss-Ickern haben leichte Vorhandschwankungen, spielen in der Bezirksliga und gehen eigentlich als relativ klarer Favorit ins Rennen. Aber wie es immer so schön heißt, der Pokal schreibt seine eigenen Gesetze und das gilt hier natürlich auch für den Damenhandball. Ja, in der gut besuchten Halle in den Dahlhausen knapp 100 Zuschauer, ist eine super Stimmung. Leider sind aus Kastrop nicht ganz so viele Fans mitgereist. Wir sehen hier gerade jetzt im Blau die Damen des Tuss im Angriff. Die geben schon mächtig Gas. Und wollen natürlich hier sofort in der Favoritenrolle gerecht werden. Das Team der Gäste des Tuss-Ickern wird betreut vom Trainer Fabian Wolf und von Wieseler Klöpping. Und das Team der SG Linden-Dahlhausen und dann Trainer Jörg Thiemann. Ja, Schiedsrichter der Partie sind Peter Kregel und Heinz Richter. Als Zeitnehmer ist dabei Markus Siepermann und als sein Sekretär Herr Scheipers. Ja, wir wünschen euch viel Spaß bei einem spannenden Match. Denkt dran, wir freuen uns über einen Daumen hoch bei unserem YouTube-Kanal. Unsere Facebook-Seite kann auch jede Menge Likes vertragen. Und über ein Abonnement freuen wir uns natürlich noch mehr. Viel Spaß beim Kreispokal-Halbfinale in Linden-Dahlhausen. Vielen Dank. 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 Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ja, jetzt sieht man jetzt einmal nach knapp neun gespielten Minuten Kurzbilanzlob, dass wir den blau spielenden Damen, das Tussickern nicht wirklich so wie geplant. Ein einziger Treffer wurde bis jetzt erzielt durch Christina Müller, ansonsten Fehlanzeige, während bei der SG Linden-Dahlhausen schon drei Treffer zu gut starten. Ja, wir hoffen, dass Trainer Fabian Wolf jetzt während des Timeouts die richtigen Worte gefunden hat, um seinen Damen ein Konzept zu geben, gegen die gut verteidigende SG Linden-Dahlhausen zum Erfolg zu kommen. Aber das fängt nicht wirklich gut an, sofort ein relativ unnötiger Ballverwust und Linden-Dahl haut das Ding wieder in den Kasten. Janina Mertens, ganz stark heute, setzt das Ding in den Winkel. Ja, und der Anschluss, beziehungsweise der Abstand, der drei Tore Abstand bleibt gewahrt. Sandra Völker sorgt dafür, dass die Damen des Tussis nicht noch weiter ins Hintertreffen geraten. 5.4. !4. Kirmisch! Rampierzen! !4. Kirmisch! !5. Wir sind so weiter Angela Bül tenhoho singular. Keine Damen und Herren von September. Eigentlich 갔 Queens diploma sehe ich an Casaçao partir! Ja, auch wieder sehr gut verteidigt, kann man ja mal sagen, sehr fair. Ein leichtfertiger Ballverlust, da fehlt einfach der Biss und der letzte Wille, beziehungsweise auch der Blick für die Lücke, der ist heute einfach nicht da. Wobei man natürlich der Eskelin Dahlhaus auch komplett mitmachen muss, dass hier die Abwehr gut steht, ein bisschen ungewohnt für die Ikena auf jeden Fall, da überwiegend das 5-1-System von Linden Dahlhausen bevorzugt wird und dadurch auch der Spielfluss bei den Ikena-Damen doch recht gut unterbunden wird. Ja, jetzt für Maren Mertens die Gelegenheit die Ikena auf ein Tor heranzubringen gegen Jandina Neuwirth und die Glanzleistung von Jandina Neuwirth hat es richtig gemacht. Ja, und im Gegenzug von Katrin Kuh, der Spielmacherin, war eine der Spielmacherinnen der Eskelin Dahlhausen zum 5-2-2 eingenetzt. Ja, da hat Sandra Völker wunderbar, den sie es bekam. Kreis angespielt. So sollte es laufen. Das war toll gemacht und hat auch dann zum Erfolg geführt. Ja, mit viel Wiss und Körpereinsatz stellt Katrin Klee den zweiten Treffer den alten Abstand wieder da her. Es wird nicht leichter für die Damen ausgekommen. Jetzt knappe vierten Stunde gespielt. Der Bezirksligist muss sich langsam was einfallen lassen. Also nur so weitermachen, das wird nicht reichen. der Bezirksligaist muss sich langsam was einfallen lassen. Ja, wie das konnte mit einer Tausendbeter Gäste kommen. Ja, das war's für heute. Ja, das war's für heute. Ein Auto, ein Auto, ein Auto. Ein Auto. Ein Auto, ein Mario, ein Auto. Schlechtes Timing zwischen der Nummer 5 Bianca Bündchen und der 8 Sandra Völker, die hier Anna Werner den Weg aufmachen und ihre Torfrau Goneskiwa da wirklich unmöglich in Bedrängnis bringen, dass sie von außen eigentlich nicht wirklich eine Chance hat, da noch einzugreifen. Schlechtes Timing! Ja, nach gut 16 Minuten kann man jetzt sehen, das vermeintliche Losglück war dann doch nicht ganz so glücklich bis jetzt. Die anderen möglichen Gierer in der Werner gewesen, der PSV, der in der Landesliga spielt und der Verbandsligist, der Tonja Rehmke. Die das zweite Halbfinale im Kreispokal ausspielen. Die Ergebnisse liegen uns leider zur Zeit noch nicht vor. Das spielt in der F später statt. Wir kommen hier zum Methan. Nicht schlecht gespielt, so hätte man glaube ich auch anders pfeifen können. Der Griff in den Armen konnte man in der Kamera eigentlich ganz gut sehen. Der Schiedtrichter scheint eigentlich auch nicht schlecht. Aber im Großen und Ganzen muss man glaube ich sagen, dass die Schiedtrichter das Spiel gut im Griff haben. Ja, solche kleine Ballverluste, die jetzt gerade wieder stoppen einfach, dass das will spielen und zeigen, ob das das Team nicht ganz so sicher ist. Und dann kommt manchmal noch ein bisschen Pech dazu. Ja, aber wie gesagt, Gott sei Dank verteilt sich das Pech so ein bisschen auf beide Seiten. Zweimal Holtz untereinander auf beiden Seiten. Weiterhin 7 zu 3 für die Eskelin in Dahlhausen. Und noch zwölf Minuten in der ersten Halbzeit zu spielen. Ja, mit dem schönen Wurf bei den Dennis Becker. Den Tuss mit 7 zu 4, also 4 zu 7. Auf einen drei Tore Abstand wenigstens wieder hin. Schöne Einzelleistung. Und das sah auch aus, wenn eine ganze Menge Frust in dem Wurf mit drin lag. Schöne Abwehrleistung, gut aufgepasst für das Kreisanspiel. Ja, diesmal wird es auch da außen gut abgedeckt. Schöne Abwehrleistung, gut aufgepasst für das Kreisanspiel. Komm hin, bitteところ organisch. Und spielen jetzt ruhig. Ja! Ja! Applaus Ja, schön durchgesetzt von Celia Ittermann, da fehlten auch die letzten Prozentgenauigkeiten, um das Ding reinzutun und den Toreabstand noch ein bisschen zu verkürzen. Noch 10 Minuten in der ersten Halbzeit, drei Tore Rückstand. Und Wim Darnhausen hat momentan das Spiel eigentlich ganz gut im Griff. Spielen ruhig, besonnen, spielen lassen den Ball gut laufen. Ja, ich wollte gerade sagen, wenig Abspielfehler, das war einer der seltenen Abspielfehler. Ich kann da jetzt die Gelegenheit nutzen. Darnhausen steht schon wieder hinten gut. Und außen und, ja wunderbar von Katharina Wolf. Klasse durchgesetzt. Klasse durchsetzen. Klasse durchsetzen. Klasse durchsetzen. Runter. Witzel. Halt. 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 Halt hier. Halt hier. Außen. Halt. Und raus. Halt. 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 Zwei, sechs, fünf, acht, 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 sechs, acht, 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 acht! Applaus 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 Sieg her, nach Augen! Sieg heißen Sieg, Sieg heißen! Sieg heißen Sieg! 1, 2, 1, 3, 2, 1. Im Moment etwas verfahren das Spiel, da fehlt bei beiden Mannschaften so ein bisschen die klare Linie. Ich kann aber mit aller Gewalt natürlich jetzt in drei Tore Vorsprung aus den Ringern, aber das wird so nicht klappen. Ja, genauso unnötiger Ballverlust bei der SG. Das dem Ichkanern da noch mal die Möglichkeit gibt, gleich vom Abstand Donnerzug zu klären. Wichtig wäre jetzt in der Strukturen-Spiel zu rühren. Freut mich das Spielaufbau. Aber sechs Minuten sind noch zu spielen in der zweiten Halbzeit. Wollte noch was gehen. Ja, Celia Ittermann putzt um sieben Meter an. Ganz trocken und sicher. Keine Chance. Für die Torfrau. Ja, Vanina Mertes schült den alten Abstand mit dem dritten Treffer wieder da. 9 zu 6 für die SG Lindahlhausen. Ja, wunderbar. Celia Ittermann noch nach dem sieben Meter noch von außen mit ihrem zweiten Treffer nach und verkürzt auf 9 zu 7. Ja, schön pariert. Jetzt ruhig den Spielaufbau weitermachen. Ja, Denise Becker kann endlich mal den Abstand auf ein Tor verkürzen. Damit ist vielleicht doch nur die Gelegenheit gegeben. Das Ergebnis vor der Halbzeit noch zu drehen. Nach vier Minuten der ersten Hälfte im Platz zu spielen. Ja, Glück gehabt. Noch' ich war schon als Kalkar für die douche Becker. Danke. Nach vier Minuten war du was. Nach vier Minuten sindguec. Ja, muss ich sagen, die knapp 100 Zuschauer in der Halle stehen wirklich hinter ihrer Heimmannschaft und feuern die frenetisch an. Habe ich schon so lange nicht mehr erlebt. Jetzt gerade beim Damenhandball, tolle Kulisse, tolle Fans und auch fair. Macht für die heimischen Gäste natürlich doppelt Spaß, das Team regelmäßigen Kuhung zu sehen. Aber vielleicht schaffen das ja die Kastropadan jetzt vor der Pause den Ausgleich zu erzielen. Natürlich psychologisch immens wichtig. Ja, geschenkt wird sich da nichts. Aber es wird doch relativ fair gespielt. Ja, schönes Anspiel an dem Kreis. Das könnte jetzt in diesem Moment das Erkoksrezept sein, die Preisläufer gut einzusetzen. Ja, Linden-Dahlhausen betreibt wirklich ein sehr aggressives Vorchecking. Ja, wieder wunderbar pariert. Linden-Dahlhausen bleibt im Ballbesitz. Linden-Dahlhausen ist leider auch sehr in Distanz werfen, sonst wäre es ein Doppelfehler geworden. Beziehungsweise Schrittfehler. Leider nur das Holz. Somit wieder Linden-Dahlhausen im Angriff. Linden-Dahlhausen gilt. Linden-Dahlhausen ist leider gerade im Ball. Achnen-Dahlhausen ist leider so erfunden. itcher스를 исchennen mit dem Ester Lin Grand-Line-Dahlhausen etwa ist Korin. Linden-Dahlhausen ist leiderens Amongst ting. Fl Avenue夜 confessed esahmt. Mit Alten Linden Autom거를 zwar in den Kor gebracht ein Dumfer schießen verlehen. Achnen Dank. adoshelden. Tür-Dahlhausen hierin sich beim Alten. Kreisler Bundes und armen Sie bei conten. Ja, für diesen Schulter-Body-Check gibt es zwei Minuten für Dianter Dunschen. Und sieben Meter für die SG. Katrin Klui. Ja, zweimal super pariert. Freistoß für die SG, aber der sieben Meter konnte auf jeden Fall nicht verwandelt werden. Ja, und dann muss ich Ikan wirklich bei den SG war bedanken. Die Torfrau hält das Team ins Spiel. Drei, vier Superchancen miteinander vereitelt, sodass Ikan jetzt wirklich bis auf ein Tor herangekommen ist. Knappe Minute müsste es noch sein. Die zu spielen ist in der ersten Hälfte. Da fehlt sogar zündende Gedanke, wie man die Abwehr der SG aushebeln kann. Spielaufbau sind die SG einfach ein bisschen übersichtlicher, ruhiger, überlegter. Spielen den Ball schön durch, nehmen die Außen mit. Also da ist ein krasser Unterschied, ist da momentan nicht zu bemerken. Schön abgeblockt. Und der Tempo-Gegenstoß, das Ja. Da wird mit harten Bandagen gekämpft. Und sich nichts geschenkt. Und jetzt sieht er, man versucht es nochmal über aus. Naja. Beim Freistoß geblieben. Ja, jetzt auch für René Besaloc. Zwei Minuten Zeitstrafe. Das ist doch nochmal gleich die Gelegenheit. Ja, den versenkt Silvia Utamann. Schön. Diesmal über linksaußen. Und damit zum ersten Mal während der gesamten Spielzeit, vom 0-0 abgesehen, ein ausgeglichenes Spielergebnis. Was die Trainer, die Märchen von Trainer Fabian Wolff zur Pause wahrscheinlich ewig bewegen wird. Ja, das war der Pausen-Fick, wobei jetzt noch ein Freistoß ausgeführt wird, der nur direkt verwandelt werden kann. Sprich, die Ikaner werden jetzt den Block bilden. Ja, äußerst schwer in der Situation, Ball zu verwandeln. Damit geht es mit einem 9 zu 9 in die Pause. Die letzten Minuten konnten die Damen des TUS auf jeden Fall gut zulegen. Ja, versorgt werden die Fans. Auch super in der Halle. Klasse Catering von Seiten der SG Linden-Dahlhausen. Ob Kaffee, Brötchen, Kuchen, alles da, was das Herz begehrt, zu maroden Preisen. Muss man auch mal lobend erwähnen. Ja, auf geht's in die zweite Hälfte. Applaus Ja, auf geht's in die zweite Hälfte. 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 Das ist ja! mit dem wunderschönen Tor die Saskia Scheipers die TUS-Dame zum ersten Mal im Spiel in Führung hat Trainer Fabian Wolff da in der Pause die richtige Losung ausgegeben um sein Team jetzt auf die Siegerstraße zu bringen aber noch sind gut 28 Minuten zu spielen da ist noch viel offen aber das sah auf jeden Fall schon mal sehr gut aus das ist noch viel offen das ist noch viel offen das ist noch viel offen Applaus Rebellion Das war's, das war's, das war's. Ja, da gibt Dennis Becker ziemlich hart an die Spielmacherin der ESGler. Katrin Kluhran erscheint, ja, wird jetzt fast von Mandekon gesprochen, aber wer nicht mit Genda Igre sprechen wir mal von 1 zu 1 Deckung. Auch wenn Fabian Wolfer die Lösung auswählte, Katrin Kluhran in die 1 zu 1 Deckung zu nehmen, den Spielfuß der ESGler da zu stoppen. Das wirkt natürlich auch das Risiko, wenn da die Flüge in der Verteidigung aufgerissen werden. Aber das ist ein bisschen überraschend, wie sich das weiter in den Sieg wird. Ob sich diese taktische Maßnahme bewehren wird. Ja, sofort ist der Dennis Becker auch wieder gestößt davor. Natürlich mit ihrer Größe und Reichweite dafür sehr gut prädestiniert, der Bälle abzufangen. Noch hält der Tust die Führung. Zurzeit gefällt mir die Abwehrarbeit sehr gut. Man arbeitet konsequent zusammen, läuft sich mit. Das Stellungsspiel passt. Ja, gut aufgepasst darauf außen, den Ball abgefangen. Die Möglichkeit, den Vorsprung zu erhöhen. Kann man durchspielen, nur aufbauen. Genau richtig zum Zeichen. Wunderbar, genau so muss es funktionieren. Jetzt, die Abwehr auseinandergezogen, schon durchgespielt. Den richtigen Moment abgewartet. Klasse gemacht. Unterricht. Ach 키 부�vä intellect. Heist! Heist Magic! Heist! Heist unsere peur auf die Welt. możli阿! Das war die 상황. Hands on me, was ich wiederол sozusagen. Das sind genau die Bälle, auf die Denise Becker wartet und dazu den richtigen Riecher für nach vorne zu stoßen und auch vor allem die Technik zu versenken und so hat sich jetzt das Blatt gedreht und der TUS hat eine komfortale 3-Tore-Führung auf einmal. Das hat Trainer Wolfsland-Team definitiv so gut eingestellt, dass sie eben gut aus der Pause rausgekommen sind und ein bisschen Glück wollte er auch dazu, aber es läuft einfach besser. Und auch Katrin Kuh, die 1 zu 1 Deckung ein bisschen aus dem Spiel zu nehmen, hat anscheinend Wirkung gezeigt. Nach der Pause ist der Eskelin Dahlhausen noch kein Tor gelungen. gross. Nein, kein Tor! Toll die anderen ist. Herr Tut. Herr Tut. Herr Tut. Herr Tut. Herr Tut. Herr Tut. Applaus Ja, jetzt doch wieder die Chance für Linden Dahlhausen den Rückstand auf ein Tor zu verpürzen Aber kein Beide-Torten Oh, super gehalten Wie gesagt, noch kein Tor aus dem Spiegelung Das letzte Tor auch an sieben Meter Das tut natürlich weh, jetzt den Anschlussstreffer nicht erzielt zu haben In so einer Situation heraus Das war natürlich von Bernina Mertens ein tolles Ding Technisch perfekt umgesetzt in den Winkel Und damit 11 zu 12 noch ein Tor Ja, neben Dahlhausen den Ballbesitz Ja, frühzeitig geblockt Da fehlt jetzt mal der Druck hinterm Ball Aber die Kassaba-Torfer auch einen falschen Fuß erwischt Und wird dann, wenn sie da soll, den zweiten Treffer erzielen Und den Ausgleich für ihre Eskelin Dahlhausen Ja, ich hatte gehofft, dass die Damen des TUS die Gelegenheit nutzen können Und den Trosch und ausbauen Bzw. stabilisieren Aber, ja, aber da Christina Müller schön durchgesetzt Wieder die Eintoreführung für den TUS hergestellt Die Eintore hier sind im TUS hergestellt Applaus 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 Ja, schon aufgepasst. Das wird sich Denise Bicker nicht nehmen lassen. Ja, ganz trocken verwandelt. Das ist ihr Ding. Da ist sie schnell, präzise, überlegt. Ja, man merkt doch jetzt. Und Katrin Kluh ist ja schon länger nicht mehr umfeld gewesen. Wahrscheinlich auch Punkt der Mann-Deckung aus taktischer Erwägung. Ja, 1-zu-1-Deckung. Aus taktischer Erwägung wird erstmal rausgenommen. Aber das hat dem Spiel nicht wirklich gut getan. Und Denise Bicker erhöht auch zurück zu 15. Noch gut 20 Minuten zu spielen. Ja, Katrin Kluh wieder auf dem Filz. Ja, Katrin Kluh wieder auf dem Filz. Verteilt er sofort wieder die Bälle. Ja, hoffentlich hat Daniel Merten sich da nicht was zugezogen. Ganz wichtige Spielerin für die SGler. Ist wieder im Spiel. Ja, Missverständnis beim Abspiel, beziehungsweise einfach unsauber abgespielt, aber ohne Konsequenzen. Ja, nichts von der Verletzung zu merken. Daniel Merten zu zittern. Den sechsten Treffer locker durch. Und das wird jetzt auf 13 zu 15. Maren Mertens stellt aber so weit den alten Abstand wieder da mit dem ersten Treffer. 13 zu 16 und noch 20 Minuten zu spielen in der zweiten Halbzeit. Ja, da konnte Katrin Kluh gerade den Kontak dahin nehmen. Denise Bicker hatte sich ja den Ball schon da schön vorgelegt. Nächsten Minuten beobachten, ob der Tuse schafft, seinen Vorsprung noch weiter auszubauen. Ja, da konnte Konda unterbunden werden. Jetzt war es auch wieder in Ruhe aufbauen. Auch für Lindahlhausen. Ganz trocken von Daniela Mertens. Siebt, Steffer. Da fehlte einfach der Block in der Eckernabwehr. Aber super gemacht. Schnell hochgestiegen. Timeout vom Tuse-Ickern beim Stand von 14 zu 16. Wir sind aufhielend. Wir sind aufhielend. Applaus 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 Minuten das Ergebnis nochmal zu drehen. Aber für mich ist das noch völlig ergebnisoffen. Das hat der Tuss noch lange nicht nach Hause gefahren. Ja, in gewohnter Manier Denise Becker mit ihrem siebten Treffer, da hat die Torfrau kaum eine Chance. So, jetzt Timeout von Linnendalhausen. So, jetzt Timeout von Linnendalhausen. Beckerkast! ja zwei minuten für katja schramm ob diese aktion ist unbedingt so nötig war dahingestellt auf jeden fall sehr günstiger zeitpunkt sollte der jetzt sitzen würde es wäre das ja auch gleich gleich normalen sieben meter mit dem kreis gelaufen bei der abwehr ob das mal nichts zu machen jetzt von der tork um in den winkel er ist der treffer für sie in dem spiel ja jetzt in der zahl noch zu können macht die sache bekanntlich ich habe jetzt von der situation für die zeit noch ein bisschen mehr runter zu spielen so überzahl ist gelinden da hausen haben wir auch nicht verwerten klasse gemacht schritt fehler vorher leider nichtsdestotrotz klasse meister und dass j ja 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 Ja, in der 52. Spielminute startet Lisa Wolf mit ihrem ersten Treffer, die Eskelin Dahlhausen wieder in Führung zu gehen. Acht Minuten vor Ende, alles offen. Die Halle fährt so langsam an. Ja, wunderbar. Die Anker Dunsen setzt sich da aber außen durch. Technisch das umgesetzt. 18 zu 18. Ja, wie gesagt, die Halle kommt so langsam an zu proben, wie uns vor dem Kamerabild zu entnehmen ist. Aber nach wie vor Stimmung hier in der Halle. Ich würde sagen, super toll. Super gehalten. Und der Konter. War leider nicht mehr unter Kontrolle. Ansonsten, dass er die Bälle gibt. Ah, ganz, ganz überlegt. Ganz gelassen. Über den Torwart verluft. Damit 19 zu 18 für die SG. In der 53. Minute. Wie gesagt, ganz well. Wie gesagt, die Schleider. Wie gesagt, die Schleider. Wie gesagt, die Schleider. Nicht die Schleider. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 3, 1, 2, 1. 1, 2, 1. Applaus 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 Ja, damit steht der erste Teilnehmer für das Frauenhandball-Kreispokalfinale fest, das wäre dann die SG Linden-Dahlhausen als Kreisligist, die dann dort entweder auf den PSV Rüttlinghausen aus der Landesliga oder Deutonia Riemke als Bezirkligist trifft. Ja, an unserer Seite Glückwunsch und wir werden gleich noch ein Interview hier noch zeigen mit Katrin Krü. Ja, da ist Stimmung, Katrin vorne im Vordergrund gerade noch gewesen. Die Fans haben sicherlich ihren Teil dazu beigetragen, hier die SG Linden-Dahlhausen nach vorne zu treiben und die Spielerinnen dankens ihren Fans. � excellentes Applaus Gänsel Applaus Applaus Ja, Katrin, erstmal herzlichen Glückwunsch zum nicht ganz unverdienten Sieg, wenn ich das auch mit zwei Tränen in den Augen sagen muss als Ikana-Fan, aber ihr habt euch wirklich wacker geschlagen. War das so geplant oder habt ihr euch speziell vorbereitet auf dieses Duell? Ja, so geplant, natürlich. Sieg ist irgendwie immer das Ziel, bei uns ist aber vor allem auch der Spaß im Vordergrund, das hat unser Trainer in Akamina auch nochmal gesagt, als es dann ja knapp wurde, 9-9 zur Halbzeit, nicht in Spaß verlieren, genauso weitermachen, weiterkämpfen und genau das nehmen wir uns auch fürs Finale vor. Ja, da wissen wir jetzt glaube ich noch nicht, wer euer Finalgegner wird, aber das wird noch eine Nummer härter auf jeden Fall. Vermutlich ja, also da müssen wir nochmal richtig ranklotzen. Ja, also wie gesagt, nochmal ganz herzlichen Glückwunsch, also wir haben Einsatz gezeigt, alles, tolle Spielzüge da auch gemacht und ja, ich würde sagen, dann nochmal an dieser Stelle an das Dahlhausener Team, alles Gute, dem Trainer gute Arbeit geleistet und ja, dann wird man sich mit Sicherheit nochmal irgendwann sehen. Ich hoffe so. Katrin, danke dir. Vielen Dank. Und Cut. Vielen Dank.